Ich bin von Volzberg, mein Name ist Ibiza Vastic. Heute trifft Ivo auf Ivo. Und heute hat er zwei Tore gemacht. Ivo, was sagst du zum Spiel und zu deiner Leistung? Es war halt eine sehr konzentrierte Leistung. Die waren alle diszipliniert. Es war halt eine sehr konzentrierte Leistung. Es war halt zwei Tore gemacht. Aber so will er uns in Zukunft immer gegen sehen. Ja, eine sehr starke Leistung der ganzen Mannschaft. Und was nimmst du dir? Es gibt ja glaube ich noch ein Auswärtsspiel. Was nimmst du dir da vor? Ja, da passe ich. Leider bin ich im letzten Spiel nicht dabei. Aber ich hoffe, dass die Burschen sich genauso zusammenreißen wie heute. Dann bin wir das. Ein leichter Skandal. Wieso ist Ivo nichts dabei im letzten Spiel? Aber für deine Leistung heute bist du natürlich entschuldigt. Und wie schaut es aus für die nächste Saison? Segen wir dann noch mehr Tore von dir? Ja natürlich. Aus dem nächsten Tore wollen wir früh angreifen. Das ist die richtige Einstellung. Danke Ivo. Wir haben uns bei uns. Vielen Dank.